Willkommen zu Frequent Traveller TV und wie ihr auf der linken Seite von mir seht, ist Mario da. Ich habe gerade auch vorher geübt, deshalb habt ihr auch meinen Finger kreisen sehen. Wir waren eine Woche nicht da, deshalb musste ich üben und letzte Woche habe ich ja auch alleine gemacht, nachdem Mario nicht da war. Heute bringen wir euch ein Update von der Lufthansa, weil viel ist passiert. Die 747-400er sind wieder einige zurückgekommen, es gibt neue Ziele, dann Eurowings, ist am Expandieren, wie bekloppt hätte ich fast gesagt, wer die Welcome Lounge mieten möchte, kann das für eine Party tun. Dann hat die Lufthansa noch mal die Möglichkeit, Main bei einem Versicherungsberatungsgespräch zu bekommen. Ich habe wieder was vergessen. Ach ja, natürlich. Und zwar, es gibt eine Sonderende im First Class Terminal, was ja letzte Woche aufgemacht hat. Da werde ich mich auf den Weg machen, morgen oder übermorgen mir auch eine Ente zu besorgen. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle kommt jetzt, wie immer Mario. Das Intro. Mein Name ist Lars Korsten, das ist Mario Hofmeister. Und wir sind hier, um euch mehr Malen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Aber ihr wisst ja, ihr müsst zuerst arbeiten, bevor ihr bei uns einfach entspannt zugucken könnt. Ihr wisst, dass ihr uns subscriben sollt. Also einfach abonnieren, die Glocke nicht vergessen. Dann, ganz wichtig, unten kommentieren, nachdem ihr den Beitrag geliked hat. Also vier Sachen auf einmal tun. Ja, heute sind wir sehr Lufthansa-lastig. Wollen wir einfach mit der schönsten Sache anfangen, mit der Ente. Hast du die Ente schon mal gesehen, Mario? In live? In live habe ich die Ente schon mal gesehen, ja. Aber noch nicht in live in der First Class Lounge. Nein, Lounge. Entschuldigung. Lounge. Ich muss Lounge sagen. Ja, das klingt irgendwie Lounge. Naja. Ja, also die Ente ist ja eine Sonderente zur Eröffnung. Wir kommen zurück, steht drauf. Und dann natürlich die Gesichtsmaske, wie es sich gehört. Aber ich hatte ja, es ist schon angedroht, ich werde eine besorgen. Vielleicht werden wir sie verlosen. Ja, dann das nächste Thema, was in meinen Augen spannend ist, ist, dass man bei der Lufthansa nicht nur die Ente bekommt, sondern es gibt einen neuen Strategie-Chef. Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil der Jörg Eberhardt, Head of Strategy and Organisational Development. Ein tolles Wort, ein tolles Wort. Ja. Er war vorher schon bei der Lufthansa City Line und er hat sogar einen Flugschein. Also kann 320er fliegen. Wird ihn wahrscheinlich auch current halten, dass er auch fliegen kann. Warum ist das wichtig? Wie der Vorstandsvorsitzende. War er Vorstandsvorsitzende? Nein, wie der Vorstandsvorsitzende. Ach so, wie der, ja. Ja, 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 ja. Carsten Spohr, Name der Redaktion bekannt und nicht gendert. Krieger. Ja, ich finde das spannend. Warum Strategie? Ganz einfach. Strategie ist wichtig, wie sich die Lufthansa entwickelt. Und wir haben ja auch gesehen, die Lufthansa hat sich entwickelt mehr zu einem Leisure Carrier, weil die Geschäftsreisenden immer noch fern geblieben sind. Ich habe heute, glaube ich, bei einem Branchendienst gelesen, dass die Geschäftsreisen auch so nicht in der Form zurückgekommen werden. Deshalb bin ich mal gespannt, ob wir den Kollegen mal bei einem der Lufthansa-Talks sprechen können und er uns vielleicht Einblick gibt in seine Gedankenwelt, welche Ziele, welche Strategie die Lufthansa verfolgt. Ja, das wäre sicherlich ganz interessant, denn dass die Geschäftsreisenden nicht wieder zurückkommen, kurzfristig vielleicht richtig, langfristig habe ich da persönlich eine andere Meinung, aber der Mann ist der Experte, er wird uns sicherlich begründen können, wie er darauf kommt. Ja, und wer jetzt von der Strategie keine Lust hat mehr, sich da die Ohren voll planen zu lassen, von uns hat recht. Wir sind mit dem Thema am Ende, wir gehen jetzt weiter. Die Welcome Lounge. Die Welcome Lounge, ja, da musste man was zu erzählen. Die Welcome Lounge am Lounge am Frankfurter Flughafen. Ja, also die Welcome Lounge der Lufthansa mit 190 Gästen, davon 144 Sitzplätze, 660 Quadratmeter, das sind schon Zahlen. Ja, warum kann man die mieten? Man kann die ganz einfach deshalb mieten, weil die halt im Non-Air-Bereich, also Non-Airsite ist, also auf der Landseite ist, ohne Sicherheitskontrolle zu erreichen. Das ist einmal der Vorteil. Dann ist natürlich das ganze Lufthansa gebrandet, wer halt dieses Image haben will. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Berlin in dieser Pan Am-Geschichte? Ja. Ist das nicht in der Bikini oder wie das Ding heißt? Ja, genau. Das ist eine coole Sache. Der alte Flair, der großen Pan Am. Es ist herrlich. Ich mag das. Ja. Also, wie gesagt, wer die Preise wissen will, sollte sich bei der Fraport melden. Ich weiß nicht, wäre das für eine Hochzeitsgesellschaft was, Lufthansa-mäßig. Spannend. Wer flugaffin und Lufthansa-affin ist, also sollten wir nochmal irgendwie uns entscheiden, dann würde das vielleicht eine Alternative darstellen. Ja, also man sieht halt auch, wie Fluggesellschaften immer wieder auf neue Ideen kommen, um Revenue zu generieren, um Geld einzunehmen. Warum? Weil die halt klappen sind. Und das ist auch übrigens ein Thema, hatte ich für heute nicht vorbereitet, aber da können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, wenn es ums Geld geht. Carsten Spohr hat ja noch irgendwie im Roundabout 4, 5 Milliarden vom Staat, hat gesagt, er möchte die Knete zurückgeben, bevor die Bundesregierung wechselt. Mario, kannst du uns erklären, warum... Du bist ja schon fast bei der Erklärung. Warum hat Carsten Spohr Angst vor der Bundestagswahl, die ja in 200 Wochen ist, ne? Ja. Naja, es kommt halt drauf an. Im Moment wird Deutschland ja noch einigermaßen anständig regiert. Sicherlich macht jede Regierung da auch mal den einen oder anderen Fehler, da wollen wir jetzt nicht en Detail drauf eingehen. Aber sollte es tatsächlich zu einem gewaltigen Linksruck in Deutschland kommen, dann wäre es, glaube ich, für die Lufthansa nicht gut, dass noch eine Staatsbeteiligung da ist. Und insofern kann ich schon verstehen, dass man da wieder unabhängig sein möchte. Dann, wenn erstmal die ehemaligen Kollegen der SED, jetzt Linke, damit was zu sagen haben. Ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend für die Lufthansa. Klar, denn wir wollen ja schließlich die Lufthansa bleiben und nicht die Interflug werden. Gut, ich meine, du hast aus der politischen Zugehörigkeit kein Geheimnis. Oder wie Markus Lanz sagen würde, aus deinem Herzen keine Mördergrube. Man darf da ja auch gerne widersprechen. Kommentarfunktion. Ja, ich würde das jetzt so formulieren. Mario setzt bewusst Reize, damit ihr unten einfach kommentiert. Vielleicht habt ihr ja auch Gründe, warum Lufthansa Angst hat. Ich weiß es nicht, ob es angstgetrieben ist, aber ich glaube einfach, dass es Sinn macht, wenn die Lufthansa ihr Geld zurückgibt, weil sie hat ja auch mit der EU da ein bisschen den Klinch gehabt. Und es war ja immer ein Kredit. Ja, ja. Nein, es ist so eine grundsätzliche Erwägung. Egal, welche Regierung da nun dabei ist. Unabhängig von diesem Geld zu sein, ist sicherlich für ein Wirtschaftsunternehmen nicht schlecht. Und du hast es ja angedeutet, auch die EU war ja damit nicht so ganz glücklich. Insofern, was weg ist, ist weg, würde ich sagen. Und dann kann man wieder selber schalten und walten. Und wenn man Geld braucht, vielleicht nicht ganz so viel, kriegt man das wahrscheinlich ja auch am Kapitalmarkt. Denn ich halte die Lufthansa ja für durchaus sehr zukunftsfähig. Ja gut, die Lufthansa hat ja ein Track Record, dass sie es kann und dass sie weiß, was sie tut. Und wir können viel über die Lufthansa schimpfen und wir können halt sagen, was die schlecht machen. Wobei halt dieses Heimatkonzept nicht schlecht ist mit dem Essen in der Business Class auf der Kont. Also die haben ein Track Record und das ist halt einfach das, warum Banken oder Investoren denen Geld geben. Und wir haben ja auch gesehen, die 787er, die sie gekauft haben zu einem Schnäppchenpreis. Die 5 Stück sind spannend. Da haben wir übrigens, wenn ihr länger dran bleibt, werden wir euch auch das erste Ziel verraten, was wahrscheinlich das erste Ziel ist. Also insofern ist das eine Möglichkeit für die Lufthansa, ja mehr wieder im eigenen Haus zu sein und dann auch weiter auf Attacke zu schalten, wenn der Markt sich konsolidiert. Weil man geht auch ganz klar davon aus, dass wenn der Markt sich konsolidiert, dass man Airlines wirklich aufkaufen kann eventuell oder die ganz vom Markt verschwinden als Marktteilnehmer, weil sie einfach pleite sind. Und last but not least, das ist ja das, wo die Lufthansa auch sehr, sehr stark ist. Und das haben sie mit der Austrian und der Swiss gezeigt, dass sie halt auch Leute integrieren können. Also mit den Befindlichkeiten. Es gibt ja noch eine Menge Übernahmekandidaten in Europa. Zwei davon sind auch in der Starlines. Also insofern einmal die Portugiesen und unsere Freunde aus Skandinavien. Insofern, ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, und die Italiener. Ja, wobei die ITER ist ja im Moment mit der Crew vom Eis. Aber ich habe noch einen, wobei die ITER ja gerade auch wieder Embraer Jets wahrscheinlich kauft. Da hoffen die Brasilianer drauf. Einer fällt mir auch mal ein, die LOT. Die LOT hat ja neben der Skandinavien, die Skandinavien hat ja schon, kauft uns, kauft uns und die LOT kaufen, kaufen. Also das ist so, wo die Lufthansa immer gesagt hat, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht ausgründen. Aber auf die wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Lasst uns einfach mal wieder auf die frohe Nachricht rausgehen. Die Lufthansa hat jetzt die dritte 747-400 aktiviert. Heißt also, die Lufthansa, ja, sie macht die Flotte wieder stärker, weil man einfach festgestellt hat, dass der Markt anzieht, auch wenn die USA nicht aufmachen. Kanada macht auf. Mit Covid-Impfungen kannst du nach Kanada. Das wäre natürlich auch super. First Class gibt es nicht, nur damit ihr Bescheid wisst. Also die 747 hat keine First Class. Und ja. Ja, nicht nur keine First Class, sondern auch eine sehr interessante Business Class Bestuhlung. Die einzige Business Class Bestuhlung der Lufthansa mit drei Business Class Seeds in der Mittelreihe. Großartig, großartig. Also kannst du nach rechts oder nach links über den Nachbarn steigen, je nachdem, wen du weniger magst. Aber das soll ja ein Ende haben. Wobei ich nach wie vor die 747 schönes und wunderbares Flugzeug finde. Auch die 747-400. Aber da gibt es ja demnächst die erste 787, den Dreamliner. Und da sind wir mal gespannt, wie dort die neue, ein wenig abgegradete Business Class dann aussieht. Ja. Also einmal noch kurz zu 747-400, bevor wir zum Dreamliner abwandern. Vielleicht verrät euch hier Mario das erste Ziel. Das erste Ziel, was wir mit der 747-400 fliegen werden, ist wahrscheinlich Dubai im Winterflugplan. Da geht es ja mit der 747-400. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir werden Business Class fliegen. Mario kommt ja auch mit. Da werden wir zur Dubai Airshow gehen. Also wenn ihr mitkommen wollt, kommentiert unten. Und wir werden eine geile Zeit haben. Wir sind zwei Tage, drei Tage vor der Airshow schon in Dubai. Werden dort Party machen. Werden da schön lecker essen gehen und allem frönen. Ja Mario, haben wir denn für die 787, wenn sie kommt, das erste Ziel, was feststeht? Weil wenn es ja nur ein Flugzeug ist, ist doch das Problem, wenn es zum Beispiel Los Angeles wäre. Da brauchst du ja, wenn du nach Los Angeles fliegst, zwölf Stunden und etwas, um hinzukommen. Zwölf Stunden etwas, um zurückzukommen. Also jetzt übertrieben formuliert. Das sind ja mehr als 24 Stunden. Deshalb kann man das mit einem Flugzeug nicht machen. Aber welches Ziel ist es? Ja, es ist ein Ziel, was auch von der 747-400 angeflogen wurde. Relativ häufig. Und es liegt so nah dran, dass man diesen Umlauf schaffen könnte. Nämlich Toronto in Kanada. Obwohl auch aus Gründen, weil Kanada halt bereits die Grenzen wieder geöffnet hat. Und Toronto ist ja für viele sozusagen, weiß ich das aus eigener Unternehmenserfahrung, Toronto ist auch ein spannendes Ziel für Business-Passagiere. Und ja, es ist relativ nah dran am amerikanischen Kontinent. Und insofern, warum nicht mal Toronto? Eine schöne Stadt, immer eine Reise wert. Lars kennt diese Stadt ja noch viel besser als ich. Ja, ich habe ja in Toronto gelebt und bin halt übrigens sehr oft von Toronto aus nach Amerika gefahren. Also das heißt nach Buffalo, wie das so schön heißt. Das klingt so nach wilder Westen. Buffalo an den Niagara-Panen. Genau, an den Niagara-Panen. Wobei ich da nie, also ich muss ja echt, also da habe ich nie gehalten. Ich bin einfach nach Buffalo in die Outlets oder dann Best Buy. Was? Ja, was auch nicht. Ich bin da unten rumgefahren und so weiter. Habe es mir natürlich angeguckt. Aber Toronto ist eine coole Stadt, kulinarisch sehr schön. Was viele nicht wissen, viele amerikanische TV-Shows werden dort gedreht. Zum Beispiel wurde Suits da gedreht oder dann Hannibal Lecter wurde dort gedreht, weil es halt wirklich aussieht wie New York, wenn man die Schluchten nachempfinden möchte. Sich in New York nicht auskennt. So ungefähr. Als ich da neu war, habe ich mich gewundert, warum auf einmal in der Straße so viele New York-Taxis standen mit New Yorker Nummernschild und dann irgendwo so eine Subway-Station, Treppe-Ding ging und dann ging es und guckst. Da war gar nichts. So, willst du dich verarschen oder was? Also das war dann so ein Fake. Aber das ist Toronto. Toronto kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Auch mit der 747-400. Ein geiles Ziel. Aber davon haben sie ja drei Stück. Entschuldigung, mit der 787. Mit der 747. Jetzt wäre es mich verwirrt, weil ich bin in der 747 bin ich rübergeflogen. Aber es wird die 787 sein. Damit der verbesserten Business Class. Dann für euch noch ganz wichtig. Wir hatten euch ja angeruht, ihr könnt Meilen kostenlos bekommen, wenn ihr bei der Ergo-Versicherung euch zwei Gespräche antut. Also wenn man die Versicherung braucht, dann ist es kein Antun. Aber ansonsten, ja, vielleicht, nein, ein Beratungsgespräch. Ja, also es können bis zu 6000 sein, weil es themenabhängig 2000 Meilen gibt. Und so kann man da halt wirklich sich die Meilen holen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man da dann sich durchhungert. Ich habe das ja in den USA auch gemacht bei diesem Vacation Ownership bei Starwood. Als es die noch gab, habe ich auch für 50.000 Punkte mir das angehört. Das war ein Druckverkauf und 100.000. Ich habe nichts gekauft. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, unterschreibt danach auch, dass kein Druck auf euch ausgeübt wurde und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr lustig. Wer es machen will, wenn er für sich gebraucht, dem kann ich das empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, nicht nehmen, oder? Ja, der noch ein paar Mal einbrauch. Why not? Ganz genau. Ja, also das sind so die Themen gewesen, die wir von euch, für euch, von euch, von uns, für euch, für euch bringen wollten, wo wir dachten, das sind Themen, die spannend sind. Ansonsten noch ein Lufthansa-Thema, was dir aufgefallen ist, Mario, oder sagst du, wir haben alles besprochen, da gibt es nichts mehr, weil der Winterflugplan mit der 747 hat ja 26 Ziele. Ist das spannend? Es ist einfach nur spannend, weil es zeigt, dass es aufwärts geht, mehr eigentlich auch nicht. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hat man die Destination, die du gerne mal mit der Eurowings Discover ausprobieren wolltest, nämlich Las Vegas, erst mal wieder rausgenommen, jetzt für den Rest des Sommerflugplans, weil halt die USA immer noch nicht öffnen oder geöffnet sind. Schauen wir mal. Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als dass ihr fleißig weiter kommentieren sollt, dass ihr fleißig abonnieren, Glocke anmachen sollt und ganz, ganz wichtig, uns liken. Und wir freuen uns, wenn wir euch mal wieder persönlich treffen. Wir werden mal wieder Stammtische machen. Also da wird auch wieder was kommen. Ich sage hier an dieser Stelle erst mal von meiner Seite aus Danke. Ich weiß nicht, was Mario sagt. Ich sage selbstverständlich auch Danke. Danke, danke, danke. Wobei ich gestern bei BILD-TV gelesen habe, dass man sagen oder gehört hat, es ist ein Privileg, dass ihr uns zugeschaut habt. Das fand ich ein bisschen dick aufgetragen. Fand ich pathetisch. Aber ich finde es ganz toll, dass ihr uns zuschaut. Privileg würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind dankbar, dass ihr schaut und wir freuen uns, wenn wir euch auch wieder persönlich sehen. Oder wenn ihr einfach ein Beratungsgespräch haben wollt, unten findet ihr den Link. Da könnt ihr auch uns buchen und fragen. Könnt auch die Fragen stellen, wie kriege ich einen Senator im Moment, vielleicht sogar ohne zu fliegen. Da gibt es auch einen Trick. Ja, da gibt es einen guten Trick. Sehr guten Trick. Oder ansonsten, wenn ihr wissen wollt, meinen Statuspunkte und so weiter, wie das geht, mache ich mit euch gerne ein Consulting, wo wir dann uns eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde unterhalten. Also wie gesagt, unten den Link benutzen. Ansonsten wie immer freuen wir uns. Wir versuchen wieder regelmäßig für euch zu kommen. Und bis bald von meiner Seite. Bleibt uns gewogen. Ciao.